Sehr schön, komm hier hoch. Wir wissen, wo wir das einsetzen sollen. Rätsel gelöst. Kommt vielleicht mein Glas auch hier rein? Nein. Ich behalte den ersten Mal durch die Schüsse, aber der kann eigentlich weg. Nur wenn wir Platz bauen. Okay, jetzt haben wir uns dieses Auto. Ein echtes Auto. Geht vielleicht mit dem Retina-Scanner. Ich weiß zwar nicht wieso, aber irgendwie ergibt das Sinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Für einen Retina-Scanner muss das Auge am Leben sein. Das werde ich weiß. Bei den Toten Augen funktioniert das überhaupt nicht. Wenn man das Auge rausreißt, dann muss der Mensch eigentlich am Leben sein. Waffen, die sie nicht mehr tragen können, werden automatisch zu Werkband gesandt. Für Sand... Ah, ne? Seil ich die Waffe gewechselt, oder was? Den Platz habe ich getauscht. Ich glaube, das war der Spalizant, wo er noch 40 Schuss hatten. ist jetzt ein bisschen beschwert Moira ist noch am Platz hier läuft die Kanonisation unter der Fabrik mit dem Turm zusammen aber das Arschloch von einer Statue versperrt sie das ist eine schöne Sache jetzt verstehe ich was das sein soll irgendwie kommen wir jetzt da hin hier raus gut das war ein doppeltes Inventar schießpöver hier geht es auf jeden Fall nicht weiter zu hoch kommen hier auch nicht und das jetzt mal runter gehen stecken wir nichts ich war jetzt mal erst mal hier war schon eine Weile niemand mehr wo bist du was ist mit dem Mädchen so richtig kommen wir da jetzt durch die nächste Fabrik sie müssen hier Tiere gehalten haben sehr schön das mal übergeben verkehrbuch die mit dem besten kämpfe was zum lesen auf russisch meine Fabrik ist ruiniert ruiniert und all das nur wegen ihr was zum treffeln alle diese fallen die sie aufgesteckt hat behauptet sie wäre für die sicherheit wären für die sicherheit solche sicherheitsmaßnahmen habe ich noch nie gesehen was zum gell soll daran sicher sein sie hat ein paar verdrehte ideen in ihrem kopf es muss an ihren eltern liegen wer weiß was für die grödelchen misshandlung die hier ausgesetzt war ich muss mein temperament im zaum halten ich bin zu weit gegangen habe angefangen sie anzuschreien da hat sie es mir aber gegeben sie hätte ihr versprechen nicht gemacht und jetzt schmeißt sie hier den laden ich will sie nicht noch näher auf die palme treiben also hatte ich besser halte ich besser den mund ich weiß wo ich hingehöre nämlich dahin wo ich am lieben bleibe schließlich ist mein leben jetzt das einzige was noch bleibt das ist eine leiche das ist ein kuss des chiens eine mechgerei hier wurde viel geschlachtet wie viele verfluchte filets muss man machen um diese menge blut zu bekommen nicht ganz länge wenn wir durch warten wie lecker wässerrein geht er noch aus wässerrein geht er noch raus hat mich gerade irgendwann hier die szene an dort simpsons ah oh zwischenboss das ist nicht so gut der war jetzt mehr zwischen als boss aber ok der wässerrein geht Brecheisen, ja wer hat wohl hier ein Brecheisen? Ok, ich sind da mal zwei Riege gefahren. Wenn man jetzt hier noch den Boss nicht besiegt hätte, soll ja nicht zu einfach werden. Ok, wir brauchen wahrscheinlich so Strom. Wenn wir weiter zukommen. Schlachtraumsschlüssel, uuuh, ha! Da hab ich mir das gedacht. Und jetzt? Wie sollen wir hier nebenher rauskommen? Bevor die Scheiße zukommt. Vielleicht da wieder Zug stecken, oder? Das wird doch nichts. Das übernehmen wir nicht. Krach! Krach! Ja... Ich würde ja sagen, dass sie hier bleiben sollen. Ich hab's da auf dem Command für. Ja... 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 Aha... Ja... 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 Punkt Nummer 4, warten. Ja, es ist eine gute Idee, wenn die hier ist, um es auf meine Wartenfunktion zu nutzen. So einfach geht das. Und hier haben wir Schlüssel. So einfach kann das sein. Es muss hier irgendwo eine versteckte Tür, eine verschlossene Tür geben. Und wo durchwollt. Stimmt, irgendwann ist der Punkt da vorne. Ich würde jetzt gerade zum Zug gehen, aber... Da ist was im Behälter. Okay. Hier wird nur die Zungen verteilt. Auf nur random, oder... Da reicht nur Schlacht im Meer. Und gut mehr. Hier. Okay, ich würde mal am Rad drehen. Hier. hier wir müssten mehr blut reintun nein ist die frau krank m das ist noch nie das gleiche und das tun wir haben Es ist spät. Ich brauche Hilfe. Oh, nicht schon wieder. Was gibt ein Waffenergänzungs-Dings? Ich bin immer sehr hilfreich. 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 so ein doppelt Gehalt oder was? Fantastisch! Ja, okay. Nee, war nix. Lass mich raten, die müssen wir jetzt trüben dort in den Körper einsetzen. Ich bin dabei... Ach du Scheiße. Ist er da rum? Ach du Scheiße. Ach, ihnen gehts. Nichts. Ach du Scheiße, so einer. Ist hier. Ach du Scheiße. Oh, nein! Oh, nein! Das ist doch schon. Oh, nein! Wir kommen in die ganzen Monster hier auf einmal. und weiter hier na das war so klar kommen wir hier irgendwie durch sehr gut, aber viel davon haben wir davon nicht mehr was? wieso bin ich jetzt daran gestorben? das gibt es doch nicht wir halten nochmal von vorne au das ist aber jetzt ein bisschen scheiße na komm geh da runter na schöne scheiße ja 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 Was ist das? Ich werde ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Zehn Schuss noch. Na fantastisch. Und was haben wir jetzt ausgelöst? Scheiß Statue! Und wir hatten einen Höllenspaß. Komm schon. Wie lustig. Trinken ist wichtig. Ah, heilung. Nichts ob das noch eine Überraschung ist. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe ein Verbrechen. Untertitelung des ZDF, 2020